Mädel-Leute, Konnichiwana und damit Willkommen zu Weigh-In. Okay. Konnichiwana. Neun. Neun. Wald-Simulator. Okay. Am Start ist heute Mossi. Mossi, okay. Acel konnte leider nicht. Ich bin Franzose. Ja. Ja. Jetzt kommen doch mal zu mir, Mensch. Ezzala. Wir sind ausgebrochen, wisst ihr ja, wenn ihr die letzte Folge geguckt habt, habt ihr. Und hier ist eine Steinwand. Oh, danke. Ich wollte gerade hochklettern. Weil du mich gewundert, wo es nicht steht. Der klebt da einfach so, ne? Ja. An der nassen Wand, vor allem. Wirst du jetzt... Ich weiß noch nicht, wo er links deiner Hand abstürzt. Im Fels siehst du noch. Auch Entwickler, das könntest du doch besser. Liebe Entwickler, da blutet mir das Herz. Okay. Was machst du gerade? Ich wollte nur gucken, was passiert, wenn ich runterkletter, während du hochkletterst. Du gehst durch mich nicht anscheinend. Mach, Mann, Entwickler. Was soll das denn? Da hätten wir doch mal drüber nachdenken können. Ich finde es auch gut, wie man hier schon keine Sirenen mehr hört. Sind wir schon so weit weg? Oder haben wir eine Nacht im Wald geschlafen? Es sucht ja auch keiner nach uns. Anscheinend. Bei Prison Break sind wir direkt mit 20 Trupps losgerannt und Hunden. Ich kenne einen richtig guten Pornofilm, der über einen Gefängnisausbruch geht. Alter. Okay. Ein guter Pornofilm. Ach doch, die suchen nach uns ja immer. Ah. China. So, ah, wir können wahrscheinlich durch die Büsche hier. Oder? Mhm. Das war besser als erwartet. Wahrscheinlich geht beides, aber Ausnocken ist sicherer. Dann warten wir erstmal auf den, würde ich sagen. Ja. Bis er eventuell mit dem Rücken zu uns steht, dann können wir da vorne in das Gebüsch und denen eine überziehen. Und dann schmeißen wir denen die Bugeln aus. Oh, der kommt gar nicht. Okay. Oh, Hunde hörsch auch. Macht nix. Ui. Alter, der Schlag. Oh. Der hat gerade hier rübergeleuchtet. Wohin gehst du? Weiß ich nicht. Gut. Ich nehm ich auch nicht. Funfact an der Sache übrigens. Gefängnisausbruch ist nicht illegal. Nicht? Nee. Lol. Ah, hier brauche ich deine Hilfe wahrscheinlich. Wohl. Der geht jetzt weiter. Dann kann ich den von Hinten holen. Zack. Und einfach auf den Boden genockt. Oh, da hinten ist ja auch noch einer. Oh, da sind zwei. Oh, scheiße. Ähm. Oh mein Gott. Oh. Oh. Oh, scheiße. Der andere kommt. Oh, der kommt nicht zu dir. Okay. Ich geh mal hier rüber zu dem. Bitte trete ich nicht um. Bitte trete ich nicht um. Bitte trete ich nicht um. Oh. Ich hab ihn. Sehr gut. Aber bei sowas gefällt mir der Splitscreen schon mal ganz gut, muss ich sagen. Ja, das stimmt. Da kann man halt die doppelte Action erleben. Das ist wie so eine Art Splinter Cell, nur in Billig. Gerade. Und ohne Waffen. Ja. Kommst du? Wir müssen zwei hier ausknocken. Ich glaube es will. Ich nehme den linken. Ich nehme den rechten. Und weg mit euch. Zack. Okay. Also wenn du das nicht gesagt hättest, dann. Schwer reingerannt, ne? Ja. Ich gehe da jetzt rein. Oh, da sind so viele. Können wir alle nopfen, würde ich sagen. Die haben Pumpguns. Ja, deswegen ja. Ich glaube, zu denen müssen wir nicht mal. Okay. Aber wir sind ja auch in so einem geilen Gebirge. Wo haben die das Gefängnis denn aufgebaut? Ja, ja. Das stimmt schon. Das gefällt mir aber, die Aussicht. Ja. Das ist mal was anderes. Ist man doch gerne im Gefängnis. Ja. Und unser Ziel ist es, da oben auf den Alt-Schauer-Berg zu gehen, ne? Da hinten. Das ist der Vulkan vom Herr der Ringe. Wo die den Ring geschmiedet haben. Sauron wartet schon auf uns. Das ist kein Schwer-Sherlock. Oh, wir müssen halt über die riesige Brücke, ne? Also gehen wir nicht einfach den Fluss entlang, bis wir... Na ja. Ach, frag nicht. Entwi... Ähm. Ach, Entwickler. Ja, das wird nichts, würde ich sagen. Ich find's aber auch so gut, wie die Polizisten sich so einzeln verteilen, alle. Mhm. Und nicht in der Gruppe laufen. Puster werden etzala nicht rausgekattet. Das ist zur Auflockerung. Ja. Über die Brücke gehen, unter die Brücke... Oh, die Frage ist, wir sehen... Auf der Brücke sehen wir jetzt gerade nur einen, aber da sind lauter Polizeiwege. Ja, die Frage ist halt, wenn wir in einem Polizeiwagen sind, ist das... Fällt das auf? Also ich sage, dass beide funktionieren werden. Ja, auf jeden Fall. Sollen wir den schnellen Weg über die Brücke nehmen? Ich glaube schon. Schöpfe ich mal der schneller. Ja. Okay. Ach, schon wieder auf den richten Bildschirm geguckt. Wir gehen einfach hier lang. Okay. Ja. Klappt wahrscheinlich. Wieso ist eigentlich rot? Wieso ist hier eine Ampel? Warum nicht? So. Du gehörst mir. 35. Eigentlich müssten wir sein Auto... Sein Outfit, glaube ich. Der sieht aus wie der Direktor. Ach so, wir nehmen uns das Auto. Ja, ja, ja. Hast nicht zugehört. Anscheinend nicht. Ähm. Fährst du selbst da? Ja, ich fahre. Überfahren wir lieber nicht die Leute. Und auch nicht Vollgas wegen, glaube ich. Nicht schaue hier. Das ist es. Das ist es. Das ist es. Ich bin jetzt aber gegen die Straßenverkehrsordnung. Nee, da... Ja, ja, ja. Fahr links. Ah, doch. Ich glaube, ich habe eben auch irgendwas gerammt. Ich bin mir aber nicht sicher. Aber die Sicht ist halt so komisch. Oh, wie der guckt. Vielleicht musst du gleich Vollgas geben. Ähm. Los. Oh, shit. Jetzt fährst du selbst? Ja, ich fahre selber. Oh, mein Gott. Scheiße. Das fühlt sich nicht korrekt an. Ah. Oh, Mann. Ich glaube, das war kein guter Weg. Doch. Hat gekloppt. Alter, das ist der neue... Scheiße, der Autounfall. Oh, wir dürfen wahrscheinlich jetzt wieder rennen schnell, ne? Oh, Hunde. Aber... Die Frage ist doch, welcher Unfall? Wir hatten keinen Unfall. Wo bist du eigentlich? Hier. Oh. Anscheinend laufen wir... getrennt. Aber wo genau bist du? Keine Ahnung. In einem Gebirge. Das sind die... Oh, da bist du. Hä? Nein! Der Rottweiler hat meinen Arm. Gib dir einen Kick. Jawohl. Da kommt gleich ein Scheiß davon. Oh, nein. Oh, nein. Muss ich Leertaste drücken? Äh, ja. Weil... Ja. Oh, mein Gott. Oh, ich halte... Komm schon, komm schon, komm schon. Ja. Also, wäre ich dein Charakter, hätte ich den jetzt einfach da runterfallen lassen und wäre weitergerannt. Oh, shit. Dammit. Die K1 und 30er einfach machen. Oder so kurz bevor der die Hand nimmt, die Hand wegziehen. Alter. Oh, der sieht schön aus. Könnte zu meinem Eischelpiercing passen. Oh, der sieht es so aus. Entschuldigung. Ja. Wir haben doch einen Anschlag geplant, ihr. Das kannst du mir doch nicht erzählen. Entschuldigung. Ja, ich habe auch Söhr nicht. Nein. got it. Ah, das ist Harvey Also den Koffer da jetzt offen da zu machen, ja Das war jetzt nicht so klug Oh gut Alles klar, so regelt man seine Geschäfte ordentlich, würde ich sagen Oh Oh Dun 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 My heart will go on Oh Oh Jetzt gehen wir uns einen wilden Fisch im Fluss reißen wie ein Bär Ja 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 Hier sind aber nur kleine Zack Aber die Umgebung gefällt mir Ja Das ist nicht schlecht gemacht Und spring Okay Eigentlich können die auch so ein Wandersimulator machen Wandersimulator oder Wanwa Simulator Beides So Ach komm, da könnt ihr doch einfach drüber steigen Ja 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 Ja